Mein schönes Geldbrachtenbüscher. Das kann natürlich auch sein. Oh, bitte! Bitte sei doch mal gnädig! Ah! Na ja, wir gucken uns nicht. Ist blöd! Ich muss, ob ich will oder nicht. Ich muss da irgendwo... ...Land abtragen. Aber ich will gar nicht. Aber ich muss... ...und ein bisschen, wenn ich... ...dass ich mal ... ...und dann mal auf die Hände zu nehmen. Oh, das schöne Geld. Ich bin nur mal so ungefähr wissen, wie hoch wir denn denn überhaupt sind. Oh, das schöne Geld. Ich habe bestimmt kein Geld mehr, um GoCuts zu bauen. was ist das denn für scheiß nein so eine scheiße blöde wasser nicht ja ich will wissen wie viel geld er jetzt verblendet hatte das ist das gefährliche daran weil du mich genau sehen kannst und dann noch riesenloch ein guter zeit die anderen dinger laufen Hausraum? Geisterhaus? Geisterhaus zu teuer noch, oder was? 60 Gut, erstmal 60 Also, mal sehen, ob wir den wenigstens überhaupt bauen könnten, oder ob er nur noch wegen dem Preis meckert jetzt. Du bist so doof. Du blödes Ding. Ja, schon ein paar Mal. So, wenn ich die Ecke da sehe. Aha! Heckenlabyrinth. 2775, schreibe ich mir mal auf. 2775, GoCard. Tut mir leid, ich vergesse das einfach so schnell wieder. Heckenlabyrinth. Das können wir nicht nehmen, weil der Park hier so klein ist. 2775. Aber auf jeden Fall wissen wir wenigstens schon mal, dass es gebaut werden kann. Das können wir nicht noch mehr Geld verschlenkern müssen, verschlenkern, verplempern müssen. Kann ich nicht Wasser zu datteln oder Wasser zur Erde umwandeln? Hier hinten. So, es sind eingebaut. So, kann ich das nicht? Komisch. Warum kann ich das hier nicht? Da soll man sagen, man ist nicht häufig. Ja, nun weiß ich aber immer noch nicht, warum ich das eine mit Holz umranden konnte und das andere nicht. Ich probiere mal, dass man ein Böder bringt. Ach so, ich bin schon wieder. Absache Geld weg, wa? Mist. Am besten Schippe erstmal wegpacken. Schippe kostet immer Geld. Dann könnt ihr hier noch eine Bank kriegen. So. Wenn ich da sowieso kein Dings bauen kann, dann könnt ihr auch ruhig eine Bank haben. Ja, sehr schön. Sehr schön, aber noch nicht effektiv. So. 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 Was muss man denn genau sehen? Weltraumkreise. Da stehen sie aber an, wa? Gott sei Dank, aber ich bin erstaunt. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Ich bin erstaunt. Ich glaube ein Sällchen. Noch 1000? Noch 1000 bis zum Go-Kart? Ok, 1020. Ja, Go-Kart Autoscooter. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Wir machen 60. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Klapperklapper. Die Kasse klimpert. Das ist sehr schön. Quatsch, falsch. Ah, Schiffsschaukel. Ja. 22. September. Wir haben den. 20. Schiffsschaukel. Der ist auch so ein kleines Ding. Ein kleines Ding. Die kann hier irgendwo. Die baue ich hier hinten rechts in die Ecke. Ja, die braucht auch nicht viel. Schiffsschaukel. Wieso, was täuscht denn da so der? Ah, so. So. Weil ich will ja hier zur linken Seite hin am Zaun will ich einen Weg lang kriegen. Mit Verbindung. Dass ich da nicht unbedingt durch die, äh, durch das, durch die andere Achterbahn durchbauen muss. Mit Fußweg. Ja, aber auch 60. So, aber erstmal natürlich. Musen, 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 musen wir erstmal bauen. Aber ich würde sagen, da reicht auch ein so ein Ding. So. 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 Sehe ich sie nun nach da oder nicht. Ich seh nix. Komm, zeig nach hier her. Nicht doch, nicht doch. Nein, hier. So ist schön. Oh Gottseidank sind die ja human mit ihren Stützen bzw. flexibel. Da haben wir unseren Weg bis dahin schon mal. Hallo 60 Cent, das ist fast geschenkt. Ich mach das nicht billiger. Ach so, ich vermute, weil es noch regnet. Wenn das trocken ist, gehen wir dir wahrscheinlich rein. Vermute ich jetzt. So, hier sollen wir schön den Eingangsbereich bezauberhalten. Und diesen. Vorsichtshalber. Ah, das ist doch so. Schirme weg. Schirme weg und jetzt stehen sie auch an. So ist das gut. Okay. Okay. So. 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 ast х Führung, den Weg zu Bauern. Gut. Hey. Hey. Ah, das muss aber gucken. Sie Dinge wirklich. Und verlappen. Boah. Boah. Komm. Gleich beginnt das Abenteuer Go-Karz. Ich habe mich gespannt, was das ist. Jetzt erstmal da ist er. Sehr gut. Und das Geld holt ja wieder rein, aber ... war natürlich sehr, sehr teuer. So, wievon hatte ich die denn jetzt? So, ne? So, dann hatte ich das. Oder? Gucken. So, Katz. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020